Der Regel-Otilitarismus ist eine ethische Grundposition, eine Glücksethik und gehört damit zu den teleologischen bzw. Folgeethiken. Neben dem Regel-Otilitarismus gibt es den Handlungs- und den Präferenz-Otilitarismus. Deren Abgrenzungen voneinander sind allerdings umstritten. Der Regel-Otilitarismus fordert, Folge unter den in einer Situation anwendbaren Handlungsregeln derjenigen, deren allgemeine Befolgung in Situationen dieser Art für alle Betroffenen wahrscheinlich das summarisch größte Glück zur Folge hat, auch wenn eventuell ein anderes Handeln in der Situation mehr Glück zur Folge hätte. Um festzustellen, welche Regel das ist, muss für jede dieser Regeln vorab ein utilitaristisches Kalkül vorgenommen werden. Dabei werden im Prinzip die gleichen Fragen gestellt, die man auch bei einem handlungsutilitaristischen Kalkül stellt, nur nicht bezogen auf eine konkrete Handlung, sondern auf eine für alle verbindliche Handlungsregel. Beispiel, sollten wir uns Regel A, darauf einigen Verträge immer einzuhalten? Oder sollten wir Regel B, Verträge grundsätzlich befolgen, aber vordefinierte Ausnahmen zulassen? Etwa wenn ein Vertrag in die Schuldknechtschaft führt. Vorteile gegenüber dem Handlungs-Otilitarismus, nach festgelegten Regeln zu handeln, fördert das soziale Vertrauen. Man kann kollektiv ohne Handlungsdruck überlegen, was moralisch geboten ist. Wichtige Einwände? Es kann weniger einzelfallbezogen gehandelt werden. Ansonsten treten die gleichen Probleme und Einwände auf wie beim Handlungs-Otilitarismus. Parteien von